Hallo und willkommen zurück bei FIFA 20. Ja, wir haben Unschien gegen Union gespielt, war jetzt nicht die beste Leistung und natürlich mit der roten Karte blöd gelaufen. Wir haben noch 10 Punkte hinter Freiburg. Ich weiß gar nicht wie viele Spiele, wie viele Spiele sind noch? Das sind 20 Mannschaften, ne? Nein, nur 18. Oh, das sind noch 8 Spiele. Also noch 24 Punkte. Das wird auf jeden Fall schwierig. Aber schauen wir einfach mal. Wie gesagt, Dritter reicht. Das ist auf jeden Fall mal besser wie nix. Von daher schauen wir einfach mal, was uns jetzt erwartet. Es kann ja natürlich nur besser werden. Schade, dass wir schon gegen Freiburg gespielt haben. Da haben wir zweimal gewonnen. Nein, einmal Unschieden, einmal gewonnen. Und es ärgert mich, dass Freiburg gegen Hannover doch gewonnen hat. Dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Das ist ärgerlich. Mein Name ist Wolf. Entschuldigung. Und wir zeigen Ihnen jetzt eine Begegnung aus der zweiten Bundesliga. Aber vielleicht haben wir Glück. Aber meiner Meinung nach hätten wir gegen Union gewinnen müssen, dass wir oben nochmal rankommen. Aber man weiß es natürlich nicht. Letzte Saison hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Meister werde und ich bin es geworden. Aber jetzt müssen wir erst mal schauen, dass wir mal ein Spiel ohne gute Karte bestreiten. Bei Ihnen sehen wir heute ein 4-4-2 mit Raute, Buschi. Und entsprechend wird der offensive Mittelfeldspieler die Stürmer vorne natürlich verstärkt unterstützen. Ich finde, das ist so, wie sich da darstellt, eine variable Aufstellung. So sieht heute die Aufstellung der Gäste aus. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massiver... 1.000 steht auch ziemlich weit unten, gell. Ja, das ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen, dann müssen Sie nachhören. Ball im Seitenhaus gibt jetzt natürlich Einwurf. Schön dazwischengegangen, Ballverlust. Gefährlich! Da kommt der nicht richtig hinter dem Ball und dann ist er leicht abzuwerfen. Heute müssen da unten Punkte her, oder Buschi? Ja, keine Frage. Da kommt er weit raus und kann klären, super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von... Ah, 15. da ist dann tausend. Zwei herausragende Spieler hier heute im direkten Duell. Von diesen beiden wissen wir ja, was sie können, was die im Angriff drauf haben, das wird ein Fest. Na ja, warten wir mal ab. Da verlieren Sie den Ball. Schön geklärt. Oh, macht er mal schön... ...einen Lufttritt. Milos Pantovic. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Wundervaischen. Was macht er draus? Ahaha, scheiße. Oh. Kann man nur so viel Pech haben. Da kann er sich den Ball holen. Wieder zu viele Fehlpässe, das gefällt mir nicht. Denkt dran Leute, es geht um den Abstieg. Der Abstieg werden wir nicht spielen in dieser Saison, vielleicht nächster, aber diese auf jeden Fall mal nicht. Schöner Ball auf Bayer. Er holt den Ball hier ganz stark. Abseits. Ah. Wir brauchen Punkte. Das gegen Union, das ärgert mich halt eben echt wie die Sau. Milos Pantovic. Macht er gut. Können Sie die Führung werden. Das ist auch. Einwandfrei. Wenn es schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei, das ist eine seiner großen Saisontor. Ja, unsere Konten, unser Torkonten füllen sich immer mehr, aber es bringt uns nichts, wenn wir nicht aufsteigen. Kannst du so eine geile Saison spielen, wie du willst, aber kannst du halt dem Mix davon kaufen. Ballverlust. Das ist das Problem. Aber es liegt ja eben in unserer Hand. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ja, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt vielleicht. Union hier alles gewinnen. Gute Aktion. Ich weiß auch nicht, ob die noch gegen Hannover und Freiburg spielen, das weiß ich echt nicht mehr. Das kann ich gar nicht mal sagen. Sie kommen jetzt überhaupt aus. Christiansen. Sieht gefährlich aus. Und die Flanke. Tor. Das sieht er ganz genau in den Forsten und drin. Das gibt's nicht. Hier nochmal der Treffer in der Wiederholung. Saubere Flanke. Der hat sich schön reingedreht. Kopf mit dem fünften Saisontor. Ah, Schnitzler. An Ziele und so kommst du halt eben nicht mehr dran. Wärst du eh nicht mehr, aber es wäre trotzdem schön, noch ein paar Spiele zu Null zu spielen. Da lauf doch mit. Auf wen wartest du? Schöner Wetter. Pause. Und Abseits. Wir dürfen nicht patzen. Ein Unschieden könnte uns schon das Kreuz brechen, traurigerweise. Wenn Union dann alles gewinnt. Da verlieren sie den Ball. Gefährlich. Die Möglichkeit zu flanken. Und der steht komplett. Das gibt's nicht. Genau die gleiche Aktion. Eieieieieie. Doppelpack vom Kopf. Er trifft die Kugel richtig gut. Er darf nicht gegen Sandhausen verlieren. Aktueller Spielstand, jetzt also 2 zu 1. Oh, Mitrovic. Klasse, Pass. Frühe Stören jetzt. Was ist wieder mit dem Sturm los? So, wie sitzt es dann aus? Darmstadt führt, Freiburg führt natürlich, Hannover führt, Union führt. Nun war ja so klar. Komm, wir müssen wieder den Sturm aufräumen. Stürmer heute wieder nicht so zur Geltung gekommen. Aber das letzte Mal hat es ja auch so geklappt. Vielleicht ist das der Impuls, den wir brauchen. Alexander Schiroff, Dennis Linsmeier. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Zu hoch, da kommen sie nicht dran. Und auf dem Flügel fängt er den Ball ab. Oh, Guaida. Jetzt ist mal los. So, was waren sie draus? Er blockt die Hereingabe ab. Super, Guaida. Super, Guaida. Zwei, zwei super Chancen und dann tausend führt. Und zweimal genau die gleiche Aktion. Das ist unfassbar. Dann passt doch. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Wir hätten alles so gut machen können gegen Union. Wenn wir da gewonnen, hätten wir der Käse gegessen gewesen. Dann wäre die Niederlage ja auch nicht so bitter gewesen, wenn wir verlieren sollten. Alexander Schiroff. Besalimi. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Gut den Ball verteidigt. Haben wir natürlich schon besser gesehen, keine Frage. Wir kommen einfach nicht nach vorne, das gibt's nicht? Guaida. Verteidigen hier mit Mann und Maus. Der Ballverlust. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Und die Balleroberung, wichtig. Guaida. Milos Pantovic. Weg ist der Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Besalimi. Macht der gut. Jetzt ist es gefährlich. Ja, geht gut dazwischen. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Jetzt wird er ausgewechselt und das war heute eine überzeugende Vorstellung. Kann er was draus machen? Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. Ecke in die Mitte. Da können Sie klären. Er ist bei Verlats. Jetzt könnte er flanken. Kommt schon Leute, jetzt dreht man den Turbo auf. Ich verteidige hier echt mit Mann und Maus, das gibt es gar nicht. So, die Chance jetzt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Die sind aber eben auch viele direkt so schnell wie da hinten. Die Fans geben nicht auf, sie geben nach wie vor alles. Aber jetzt muss der Funke natürlich auch auf die Mannschaft überspringen. Die muss jetzt nochmal kommen. Gefährlich. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Sie liegen vorne, aber es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung. Auch wenn wir nur noch 5 Minuten auf der Uhr haben. Da ist die Chance für die Flanke. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Oh, das gibt es doch nicht. Oh, leck mich doch am Arsch. Es soll einfach nicht sein. Es gibt so Spiele bei FIFA, die kannst du nicht gewinnen. Da kannst du machen, was du willst. Seit dem Gegentor, äh, seit den beiden Gegentoren geht hier gar nichts mehr. Wir verlieren gegen Sandhausen, das gibt es nicht. Es hat so schön, ich will gar kein Interview geben. Es hat so schön angefangen. Union gewinnt, Hannover gewinnt, Freiburg gewinnt. War ja klar. Oh, Mann. Oh, wie Ätzen. Sperre abgelaufen. Wie Van Drongelen. Aber was bringt uns das? Das hier ist so, so ärgerlich. Wirklich so, so ärgerlich. Jetzt sind wir wieder viert da. Drei Punkten hinten. Und Union hat natürlich das nächste Spiel auch noch gewonnen. Ist das so ärgerlich. Jetzt spielen wir gegen Union. Wenn die jetzt alles gewinnen, sind wir eh weg vom Fenster. Freiburg hat natürlich auch gewonnen. Wir spielen jetzt gegen Aue. Da müssen wir eigentlich gewinnen. Aber Sandhausen haben wir ja auch verloren. Ist das so ärgerlich. Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge.